Herzlich willkommen zu einem neuen Video von ParkRiftExplorers. Moment aber, ich sitze im falschen Boot. Es ist überhaupt kein ParkRift. Hier sind wir natürlich zu Hause bei ParkRiftExplorers. Wir sind heute auf der wunderschönen Leitzach unterwegs gewesen. Der Pegel war so ein bisschen grenzwertig, aber wir sind noch gut durchgekommen. Und wir hatten prominente YouTube Gäste dabei, die sich hier gerade alle schon wieder verziehen. Weil niemand mit ins Intro will, die stellen wir euch alle gleich mal vor. Und auch alles, was es auf dieser Tour zu erleben gab und alles zum Nachbuddeln. Und ihr wisst, wie es läuft. Team up! So, wir haben jetzt hier eine Premiere. Und zwar der liebe Ronny. Hallo! YouTube Connection! Der sitzt heute zum ersten Mal im ParkRift und wir haben die Ehre, ihm einen Alpaka-Wulverine auszuleihen. Oh yes! Und sind heute hier auf der Leitzach und mal gucken, wie sich der Ronny in einem ParkRift schlägt. Ich meine, Ronny, den braucht man über das Bootfahren nichts mehr erklären. Also wir denken, er kommt sehr gut im ParkRift da runter. Ja und? Wir haben ja noch einen anderen Special Guest. Noch eine Vorstellung, noch eine Special Guest. Leider nicht im ParkRift, aber er begleitet uns als Local Guide. Und zwar der liebe Momo, beziehungsweise auch Momo Frank genannt. Also wir verlinken euch natürlich beide Kanäle oben links. Dann schaut mal, was die schon alles gemacht haben, mit denen ihre Boote und Kajaks und Befahrungen. Da kann man noch ganz viel lernen. Yes! Und wir fahren heute die Leitzach und ich möchte hier einen epischen Spruch von Momo zitieren. Wenn die Leitzach ruft, musst du folgen! Genau! Das Ding hier hat nämlich kaum einen Pegel oder fast nie. Und naja, heute ist es auch schon wieder grenzwertig. Wir haben gedacht, es regnet ein bisschen mehr, aber egal. Let's go for it! Und wir testen die Leitzach für euch. Und los geht's! Juhu! Der Ronny im ParkRift. Also ganz wichtig, echt das ParkRift erstmal abkühlen lassen und dann nochmal kräftig nachpumpen. Weil du ja keine Pumpe hast, so wie Gratner oder sonst wo, musst du echt mit der Temperatur immer schauen. Jawoll! Ronny kann kanten! Und? Witzig! Ja geil! Also packen wir's! Jetzt, was macht der? Der Momo! Da ist noch ein Stein! Aber warte! Ja! Ich bin auch voll drüber gepumpt! Soll man dich ziehen? Ja. Ich bin auch voll drüber drüber! Ja! 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 Musik Oh boy Musik So kommt er jetzt mal die Linie vor, ich weiß nämlich noch nicht ganz genau, wo ich hier fahre, aber ich denke, er fährt jetzt hier rein und dann ist die Frage, was er bei dem überspülten Stein macht. Also, wir gucken mal. Musik Okay, wir werden durch die Linie. Was? Oh yes! Ja! Musik 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 Woohoo! Hallo! Achtung, Baus! Na, du kommst mal weg! Sacken! 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 Ja, das meine oppositeität ist. Ist das Service? Mit Stoffen... Mit Kass? Mange es zu kassen! das ist eigentlich ganz nett hier gell? jetzt stellt man vor wenn es ein bisschen mehr wasser hat und dann hast du glaube ich richtig spaß das gilt nicht so leicht Jetzt komm Jetzt geht der Ball Musik 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 Da kann man Limo tanzen oder wie Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 I've made it! Wuhu! Er ist ganz drüben. Was war das, Roddy? Was war das für ein Kunststück? Das war eine Püriette. Ja, so schnell sind die acht Kilometer leider vorbei. Aber Laura, Ronny und auch Momo sind gut angekommen. Und jetzt wollen wir natürlich noch das Fazit von Ronny hören, der ja heute das erste Mal im Parkhof gesessen ist. Und Ronny, was sagst du dazu? Ja, lässt sich super fahren. Sehr stabil. Und auch doch sehr wendig. Tja, wer hätte das gedacht? Laura, wie fandest du's? Obligatorische Frage? Ich fand's natürlich wieder mega, mega schön. So wie immer. Hat auf jeden Fall heute der größeren Gruppe ziemlich Bock gemacht. Ich glaube, das Video wird auch richtig geil, weil wir sind heute mit vier Helm GoPros gefahren. Das heißt, das wird die beste multimediale Aufnahme der Leitsach, die es auf ganz YouTube gibt. Wenn ihr findet, dass das richtig geil geworden ist, das Ergebnis, lasst bitte einen Like da und abonniert unseren wunderbar geilsten Kanal. Und die anderen beiden YouTube-Kanäle von den zwei Gentlemen hier verlinken wir euch auch. Und dann sagen wir auf jeden Fall Servus, bis zum nächsten Mal. Genau. Also, soviel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Das ist gleich noch was anderes. Also beim nächsten sagen sie, ja Tom hat das so gut gefallen. Sollen jetzt drehen wir um. Oh ja, mal rein. Lass uns mal rein. Oh, das kasselt alles rausgegnen. So jetzt pass auf. Ja ha 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 ha. Ja. Ja!